Ähm, morgen, äh, Herr Hammers. Auf dem Film, das Wort, es sind ziemlich viele Zufälle bei der Shotgun-Lotterie in letzter Zeit. Du warst jetzt so oft in kurzer Folge der Herausforderer und irgendwie warst du ja nie so wirklich hin, glaube ich. Das hat verdammt nochmal nichts mit Zufall zu tun. Dieser verdammt Titel, ich habe ihn durch die ganze Pandemie gehalten, ich habe meinen Körper aufs Spiel gesetzt. Ich habe verdammt nochmal meine Nerven damit verloren. Und diese Klage hatte, die jetzt so einfach, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, die Sympathien sind hier in Weile ganz klar. Wir werden doch nochmal die Georgien-Sympathien getrennt. Das geht so nicht weiter. Ich muss wieder rein, ich komme wieder dahin, wo ich war. Und verdammt nochmal, ich werde diesen Titel wieder in meinen verdammten Händen halten. Das ist okay und das kann ich voll und ganz verstehen. Aber Herr Hammers, wie viele Anläufe brauchen Sie dafür noch? Ich frage sie ganz genau. Ab jetzt, ab jetzt wird hier neu gespielt. Und ab jetzt ändert sich hier verdammt nochmal einiges. Was ändert sich? Was ist nicht anders? Was ist nicht anders? Mit der Lotterie hat er vielleicht Glück gehabt. Da hat er Glück gehabt die letzten Male. Aber ich sage euch eins. Die verdammte Lotterie ist Geschichte. Die Schotkan-Lotterie ist Geschichte. Die gibt es nicht mehr. Und ich werde alles daran sitzen. Verdammt nochmal. Sie sind zwar der sportliche Leiter, aber die Schotkan-Lotterie ist doch ein fester Bestandteil vom Wegs gewesen. Wir sind Standard. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.